So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und gerade haben wir noch Raids für Zuschauer gestreamt mit Gala Smogmog als Shiny, mit Porenda, Gala Porenda als Shiny, danke an Thomas auch nochmal an der Stelle, dessen Lieblings-Pokémon Porenda auch hier immer die Infofolgen ziert im August. Der Gewinner der Raidmania im August wird dann natürlich für September seinen Pokémon bereitstellen und ich habe gesehen im Stream, da ist ein Artikel von GOGAMES reingeflogen, ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd, ja, mich tritt so ein Sackjahn einfach hinten rein, 9.255 WP, Entunalos in Pokémon GO, was war da denn los? Man weiß es nicht, meine Damen und Herren, denn wir haben ja keine Zeit, deswegen, ich muss nämlich gleich das Muttertier noch holen, was ist das? Ich kenne das nicht, ich sage jedes Mal, ich kenne nur Gen 1, mehr kenne ich nicht, für mich ist alles neu. In der jüngsten Datamine wurden unter anderem die Werte aller Pokémon der 8. Generation entdeckt, darunter auch die Statuswerte für Unendynamax Endunalos, was genau es damit auf sich hat und was das für die Zukunft bedeutet, haben wir für euch analysiert, also für mich ist das auch alles neu. Ähm, Inhaltsverzeichnis, gut, sehen wir dann alles hier. Endunalos, Endunalos ist ein legendäres Pokémon der 8. Generation, vom Typ Drache und Gift. Es stammt aus einer anderen Dimension und stellt quasi den Endgegner in Pokémon Schwert und Schild dar. Sein deutscher Name setzt sich vermutlich aus den Begriffen Endlos und Dynamax zusammen, während der englische Name Eldernatus sich vermutlich aus Eternal und Endlich und Thanatos, dem griechischen Gott des Todes, der unendliche Tod, zusammensetzt. Auch innerhalb der Story von Schwert und Schild steht Endunalos für den Bringer der finsteren Nacht, Darkest Day im Englischen. Einem Art apokalyptischen Szenario, welches droht die Welt zu zerstören. Habt ihr Pokémon Schwert oder Schild gezockt oder zockt das noch? Schreibt's mal rein. Generation 8 ist incoming, das ist ja überall Thema die ganze Zeit schon. Dann habt ihr hier Unendynamax Endunalos. Die Unendynamax-Form von Endunalos ist eine spezielle Giga-Dynamax-Form, die nur für dieses Pokémon entwickelt wurde. Das sieht man ja, das ist ein Drache, ne? Das hat hier Füße, einen Schwanz. Ne, warte, das ist der Schwanz, das sind die Flügel, das ist ein Kopf. Und hier ist es dann halt einfach ein aufgeplatztes Kissen. Boah, meine Beine, mein Kopf, mein Dreiköpfiger mit Bein und mein Schwanz ist viel größer. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Das Aussehen von Endunalos ändert sich in dieser Form drastisch, denn es sieht nun nicht mehr aus wie das Skelett eines Drachens, sondern eher wie eine Schlange mit einem seltsamen Greifarm oder einer Hand am Ende. Joah, siehst du nicht hier hinten die Hand, ne? Sieht auf jeden Fall aus wie eine Hand. Der Kampf erinnert viele Spiele auch an den Kampf gegen Master Hunt aus Super Smash Bros. Kenn ich nicht. Diese Form hat in der Hauptreihe der Pokémon-Spiele und somit auch in Pokémon Go die höchsten Werte aller Pokémon, die jemals existiert haben. 251 Angriff, 452 KP, 505 Verteidigung, maximale WP auf Level 40, 8187 und auf Level 50 sogar 9255. Diese extremen Werte sind kein Zufall, denn dieser spezielle Kampf ist ein Kampf, den man zu viert gegen Endunalos bestreitet. Dabei sind zwei von vier kämpfenden Pokémon, die legendären Pokémon, Sakyan und Samazenda in ihrer Königsform. Königsform haben wir ja noch nicht. Wird auch noch eingeführt. Irgendwann alles, obwohl momentan Sakyan und Samazenda sowieso nicht so krass begehrt sind. Wenn dann erstmal die stärkeren Formen reinkommen oder die als Shiny verfügbar sind oder die entsprechende Sofortattage auch noch passen würde, wäre das aber sicherlich auch wieder anders. Realistische Einschätzung, ok, obwohl die Statuswerte von Unendynamax, Endunalos im Code sind, ist es eher unwahrscheinlich, dass diese Form in Pokémon Go fangbar sein wird. In der Hauptreihe kann man zwar gegen diese Form kämpfen, sie aber nicht fangen. Nach dem Kampf verwandelt sich das gefangene Endunalos wieder in die reguläre Form und auch in Kämpfen kann Endunalos sich nicht mehr in diese Form verwandeln. Erinnert ja ein bisschen so an Mega-Pokémon, dass das fette Teil da ist. Ihr besiegt das, dann schrumpft das zusammen und dann fangt ihr das Normale. Nur mit dem Unterschied, das Normale könnt ihr ja dann selber zu dieser Mega-Form entwickeln. Also der Grundgedanke, so ein fettes Teil zu haben, wo man kämpft und das richtig bestialisch ist, klingt schon krass. Auch wenn du dann nur das Normale fängst. Also das Normale wird sicherlich dann so irgendwie reinkommen, auch wenn diese Unendynamax-Form von Endunalos vielleicht nicht kommt. Es ist grundsätzlich denkbar, dass eine Yannick die Unendynamax-Form als legendären Raid-Boss erscheinen lässt, aber das zu fangene Pokémon wird immer das reguläre Endunalos sein. Giga-Dynamax, die deutlich interessantere Schlussfolgerung der Tatsache, dass die Werte für die Unendynamax-Form existieren, ist, dass eine Yannick früher oder später auch Giga-Dynamax-Formen in Pokémon GO einführen wird. Da habt ihr zum Beispiel ein Giga-Dynamax-Relaxo, kenne ich auch nicht, sagt mir auch alles nix, euch bestimmt, wenn ihr die ganzen Spiele immer zockt und verfolgt. Giga-Dynamax-Formen sind temporäre Formen, ähnlich wie Mega-Entwicklungen, die sich in ein Pokémon während des Kampfes verwandeln kann. Die Giga-Dynamax-Formen haben in der Regel etwas mehr KP als die reguläre Form und haben Zugriff auf neue Dynamax-Attacken. Fazit, neben den Mega-Entwicklungen könnten wir in Pokémon GO also theoretisch schon bald Giga-Dynamax-Formen sehen. Wann oder wie diese letztendlich tatsächlich eingeführt werden, ist jedoch noch fraglich. Unendynamax-Endunalos im Code spricht jedoch dafür, dass diese Formen zumindest geplant sind. Oh mein Gott, das klingt auf jeden Fall alles sehr kompliziert, sehr heftig. Sprecht das einfach mal aus, fünfmal hintereinander. Unendynamax-Endunalos irgendwie. Kennt ihr das Pokémon? Wie gesagt, habt ihr die Spiele mal gezockt, habt ihr dagegen schon gekämpft, habt ihr Sackjan und Samasenda dabei gehabt. Und was sagt ihr zu Giga-Dynamax-Formen in Pokémon GO? Die Mega-Entwicklungen, die reinkamen, haben sich ja erst alle drauf gefreut, dann waren viele abgeschreckt, haben gesagt, ja, Mega-Entwicklungen sind komplett dumm, sind sinnlos, wenn die nicht temporär sind, also wenn die nicht immer sind, sondern nur temporär, dann möchte ich das gar nicht. Dafür gebe ich nichts aus, da raide ich nicht, da sammle ich auch keine Energie. Mittlerweile, muss ich sagen, habe ich meine Meinung über die Mega-Entwicklungen ein bisschen geändert. Ich finde es schon irgendwie nützlicher, denn wenn man aktiv spielt, man kriegt immer mal auch durch Quests und sonst was oder durch das Buddy-System auch wieder Energie dazu, sodass man, wenn man sieht, ah, ich habe 2000 Energie schon wieder angesammelt, dann entwickle ich das heute halt mal und pushe damit eine Medaille oder mache halt doch mal einen Rocket-Rübel mit dieser Form oder mache einen Boss mit dieser Form oder wenn die Raid-Stunde ist, sage ich, ich suche mir eins, was ich entwickle und die ganze Raid-Stunde durchziehe mit dieser Mega-Entwicklung. Das ist schon ein bisschen so reingekommen bei mir, obwohl ich es am Anfang auch komisch fand und gesagt habe, so ein Schrott, habe es kritisiert. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, natürlich, aber Giga-Dynamax-Form sind wieder nochmal was ganz anderes und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Über 9000 WP ist auf jeden Fall mega brutal, aber ihr seht, alles, was bisher mega brutal war und dann ins Spiel kam, wurde sowieso abgeschwächt. Also wird das so wahrscheinlich auch niemals so kommen und wenn doch, was würdet ihr davon halten? Findet ihr das genial? Sollte das so kommen oder wäre das falsch? Wäre das unfair, wenn das so kommt? Es hätte ja theoretisch dann jeder die Möglichkeit, das zu bekommen und zu fangen. Nein, also kann es ja auch nicht unfair sein und wer dann erst in 10 Jahren anfängt mit dem Spiel und das jetzt verpasst hat, der hat ja auch alles andere verpasst. Also meiner Meinung nach könnten sie es machen und dann ist das halt so. Selbst wenn man das nicht in eine Arena setzen kann, brauchst du ja nicht, aber wenn du damit kämpfst, gegen andere Raid-Boss sowieso nicht, wenn du sowas Fettes hast, aber es wird wohl wahrscheinlich nicht fangbar sein. Wenn doch, dann wäre es auf jeden Fall Hammer. Das Endon hat auch viel zu viele Infos bekommen, fässt sich an Köppes ran und deswegen würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite aus. Heftige Nachricht, Endonalos in Pokémon Go. Schreibt eure Meinung rein. Das war es von meiner Seite aus. Peace out, vorhaut euer Ramses.